Die GSG 9, die dann bereits wenige Jahre später bei der Befreiung der Geiseln aus der Lufthansa-Maschine Landshut in Mogadischu ihren einzigartigen Trainingsstandard und ihr Können zeigen konnte und alle Geiseln befreien konnte. Und die ersten Mitglieder dieser Scenes springen jetzt gerade aus dem Rubschrauber direkt über uns. Was Burt was just saying is that GSG 9 were formed after the tragedy of the Munich Olympic Games, which were attacked by terrorists. It was realised very quickly that normally train police were simply unable to provide adequate response to that situation. And so a special force had to be formed. GSG 9 was formed quickly, but very effectively, because only a couple of years later, they went to Mogadischu and an airliner had been hijacked there and they recovered it without a single loss of life. Und die GSG 9 ist natürlich eine polizeiliche Spezialeinheit der Bundespolizei, originär zur Bekämpfung von Terrorismus und schwerer Gewaltkriminalität. Sie ist am Standort St. Augustin bei Bonn beheimatet. Und sie wird zur Wahl, sowohl im bundespolizeilichen Aufgabenbereich, als auch zur Unterstützung anderer Behörden, wie zum Beispiel dem BKA, der Bundeszollverwaltung oder den Polizeien der Länder eingesetzt. Und das ist jetzt ein wunderschönes Bild am Himmel, mit diesen Rauchgeneratoren und diesen bunten Schirmen in dem blauen Himmel hier über uns, meine Damen und Herren, das Team der GSG 9, der Bundespolizei. Und gestern nach der Show kam einer der Mitglieder zu mir und sagte mir, ich solle nicht so viel Druck aufbauen, indem ich Ihnen alle erzähle, dass Sie alle genau in dem Kreis vorne vor dem blauen Truck der Bundeswehr landen werden. Und ich denke, das sind Profis, die machen das heute wieder. Genau da geht's hin, in diesen kleinen aufgemalten Kreis, neben dem blauen Truck, im Bereich der Bundeswehrausstellung. Meine Damen und Herren, yesterday all of the parachutists landed within a very small target circle down on the airfield. Now we've got a much more blustery wind today, so it's making the conditions very difficult for them. But as you can see, first man down, second man is going to be very close to him. These guys are exceptionally well trained. Three parachutists ending the chain, if you like, of parachutes through the sky. First of all flying the badge of GSG 9 and the flag of the European Union and of course the flag of Germany. Now they've all landed so far, I think within about five meters of each of them. And that really is remarkable in this wind. It's very difficult to fly a parachute with a flag like this, because the flag causes a lot of drag. And these, don't think of these as parachutes, think of them as gliders. You can fold up and put on your back. You can actually stall them. Absolutely. That's a information. That's what I didn't know before. I didn't know if you were a big flag. If you look at the flag of Germany, the flag is bigger than the flag. And the flag works like a plunge. And if you have a big flag, you need to be careful not to be too slow. That could be a stormy breach of the flag. With under the circumstances fatal. Also das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Auch wenn es ein sehr schönes Bild gerade ergibt bei der Landung jetzt vor uns. Absolutely outstanding. All six Parachutists are going to be down within the circle. Now that's killed. Perfekt. Alle an der gleichen Stelle. Wir haben nichts anders erwartet. Ein super ausgebildetes Team der Bundespolizei, die GSG 9. Vielen Dank dafür. Vielen Dank an all die Parachute Team der GSG 9. Extraordinary drop, gentlemen. Well, coming in from the left now. The AS-332 Super Puma. One of 85 helicopters operated by the Federal Police. 19 of which are this aircraft. Very powerful. Medium lift helicopter. Useful for a wide variety of roles and can be fitted with all kinds of equipment. If you'd like a closer look at one, our friends from RUAG have the latest version of the Puma down in the Stasi Park with all the latest modifications on it. Many thanks to Heini and the crew down there. We've been showing people around the aircraft all week. Und hier im Landeanflug die S-332 Puma der Bundespolizei, des Flugdienstes der Bundespolizei. 19 Hubschrauber dieses Typs werden von der Bundespolizei betrieben. Insgesamt 85 Hubschrauber. Ein Hubschrauber-Standort ist dabei in der Nähe der GSG 9. Und hier im Landeanflug die S-332 Puma der Bundespolizei betrieben.